Sie wollen sich Ihre elektronischen Kontoauszüge ansehen oder eine Nachricht an uns senden? Im Hausbanking der Volksbank ist das jederzeit möglich. In diesem Video erfahren Sie, wie es geht. Klicken Sie dazu auf der Startseite auf Nachrichten und danach auf Alle Nachrichten. Jetzt noch auf den Reiter Schließfach klicken und es öffnet sich Ihr Schließfach. In diesem finden Sie Kontoauszüge und Dokumente, die von der Volksbank für Sie bereitgestellt werden. Um Ihrer Bank eine Nachricht zu senden, klicken Sie auf den Reiter Nachrichten. Auf der Nachrichtenseite klicken Sie auf Neue Nachricht und es öffnet sich das Pop-up-Fenster Neue Nachricht. Hier geben Sie Ihrer Nachricht einen Betreff und wählen über das Dropdown-Menü aus, an wen die Nachricht gesendet werden soll. In diesem Fall an die Volksbankbanking-Hotline. Im Textfeld Nachrichtentext können Sie jetzt Ihre Nachricht eingeben. Wenn Sie Ihrer Nachricht eine Datei hinzufügen möchten, können Sie das über den Button Datei hochladen tun. Mit Klick auf den blauen Senden-Button wird Ihre Nachricht abgeschickt. So können Sie uns einfach und schnell Nachrichten direkt in Ihrem Hausbanking senden.